Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser Aniflash-Light-Ausgabe heute am Dienstag, dem 2. November 2021. Heute habe ich wieder interessante Themen für euch, also lasst uns loslegen. Fangen wir unsere heutige Aniflash-Ausgabe doch mit einer Nachricht von Netflix an. Der Streaming-Dienst räumt nämlich sein Anime-Programm auf. Zum Ende diesen Monats fliegen sieben Serien und Filme aus dem Katalog. Nur noch bis zum 30. November diesen Jahres stehen somit Akatsuki No Yona und God-Eater mit deutscher und japanischer Synchronisation auf Netflix zur Verfügung. Beide Serien wurden hierzulande von KSM Anime veröffentlicht. Akatsuki No Yona wird am selben Tag auch beim Prime Video Katalog entfernt werden. Darüber hinaus werden drei Filme zur Serie Dragon Ball Z, Angriff der Bio-Kämpfer, Kula's Rückkehr und Super Saiyajin Son Goku sowie die beiden Resident Evil Filme Degeneration und Demination und die Serie Magic Kaito 1412 ebenfalls am 30. November entfernt. Der japanische Verlag Hodanshaka bekannt, dass die Manga-Reihe Tomodachi Game eine Anime-Adoption erhalten wird, welche unter der Regie von Hiyo Fumo Ogura, dieser führte bei Sales at Work, die Regie, im Studio Okuroto Noburu entstehen wird. Der japanische TV-Start ist für April nächsten Jahres geplant. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Adoption von Requiem of the Rose King wurde verkündet, dass die Serie ab dem 9. Januar 2022 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Anime, welcher unter der Regie von Kentaro Suzuki im Studio Cheesy Steph entsteht, soll aus zwei Kurs bestehen und somit über ein halbes Jahr lang ausgestrahlt werden. Die Serie setzt den gleichnamigen Manga von Ayakano um, welcher seit Oktober 2013 im Princess Magazine publiziert wird und derzeit 15 Wände umfasst. Hierzulande wird das Werk vom Carlson Manga Verlag mit deutscher Übersetzung veröffentlicht. Der 13. Band erschien im August diesen Jahres. Der Film Sword Art Online Progressive wird mit einem zweiten Film fortgesetzt. Dies wurde auf der offiziellen Twitter-Accountseite von Sword Art Online bekannt. Der zweite Film trägt den Titel Sword Art Online Progressive the Movie Scherzo of Deep Night und soll im Laufe nächsten Jahres in den japanischen Kinos zu sehen sein. Weitere Details stehen aktuell allerdings noch aus. Im August wurde bekannt, dass der Verlag Altraverse die Manga-Reihe Radiant als Neuauflage im Dezember veröffentlichen wird. Nun wurde durch einen Eintrag auf der offiziellen Webseite des Verlages bekannt, dass sich die ersten vier Bände verschieben werden. Demnach werden die ersten vier Bände nicht wie geplant im Dezember erscheinen, sondern erst am 24. Januar nächsten Jahres. Ob die Bände aufgrund der herrschenden Papiermangels verschoben wurden, ist allerdings nicht bekannt. Die Bände 5 bis 8 sind nach aktuellem Stand nicht von der Verschiebung betroffen. Im Juli diesen Jahres wurde bereits bekannt, dass eine Verschiebung des Spiels Digimon Survive sehr realistisch ist. Nun machte man das via Twitter offiziell und teilte mit, dass das Spiel erst nächsten Jahres erscheinen soll. Wirklich überraschend kommt das Ganze allerdings nicht, da es doch sehr ruhig um Digimon Survive wurde. Wie fast immer will man die zusätzliche Zeit nutzen, um eine qualitativ hochwertige Produktion zu liefern. Ursprünglich war eine Veröffentlichung allerdings bereits im Jahr 2019 geplant. Erscheinen soll das Spiel weiterhin für die PlayStation 4, Xbox One, PC und die Nintendo Switch. Durch einen Produkteintrag zum 19. Band der Mangerei der Vampire Dice in No Time wurde bei Amazon Japan bekannt, dass die derzeit laufende Anime-Adoption mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Die zwölfteilige erste Staffel von der Vampire Dice in No Time, welche unter der Regie von Hiroshi Kuchina im Studium Madhouse entsteht, startete im Oktober diesen Jahres in Japan sowie als Simokas bei Wakanim. Konkrete Details zur Fortsetzung, wie etwa einen Starttermin, die mitwirkenden oder die Länge stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Bereits nach dem ersten Wochenende konnte sich der erste Sword Art Online Progressive Film, welcher am 30. Oktober in 196 japanischen Kinos startete, die Spitzenposition im Box-Office sichern. Dies berichtete die japanische Webseite Oracle News, die zudem die ersten Zahlen nannten. Für den Film konnte demzufolge am 30. und 31. Oktober rund 225.000 Tickets verkauft werden. Damit spielte dieser etwa 349 Millionen Yen rund 2,6 Millionen Euro ein und liegt hinter dem Film Sword Art Online Ordinary Scale, welcher im Jahr 2017 an den ersten beiden Tagen 308.376 Tickets verkauft hatte und somit 425 Millionen Yen etwa 3,2 Millionen Euro einnehmen konnte. Und das war sie, die Anne Flash Light Ausgabe für den heutigen Dienstag, dem 2. November 2021. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentarbox und ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert dann auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020